Rens ist eine echte Städte von europäischer Kultur. Deswegen darf man sich vielleicht von der kleinstädtischen Atmosphäre anfangs gar nicht trüben lassen. Wer braucht Paris, wenn man nach Rens gehen kann? Ich bin wirklich begeistert von dieser Stadt. Großartige Atmosphäre, ganz, ganz angenehme Menschen. Ich habe mir nicht gedacht, dass Rens so groß ist. Ich habe mir gedacht, es wird viel ländlicher sein. Aber Partyleben und Champagnerfelder geben sich hier Hand in Hand. Viel Leben hier, sehr viel lustiges Leben auf den Straßen, das hat mir mit am besten gefallen. Es ist eine wunderschöne alte Stadt mit Jugendstilhäusern, die ich gestern schon entdeckt habe, wunderschöne Bauten, eine traumhafte Kathedrale. Besondere Momente wirklich ganz bewusst zu erleben, damit geht es los. Genuss ist aber auch, mal Freizeit zu haben. Für mich bedeutet Genuss, wenn meine Sinne sich irgendwie zu Hause fühlen. Zum Beispiel, wir sind hier in einem Opernhaus in Rens, in dem ich das erste Mal bin, aber ich fühle mich nicht wirklich fremd. Ich habe meinen ersten Beruf in einem Opernhaus gelernt als Dekorateur. Genuss bedeutet für mich, wenn ich mit meiner Liebsten zusammensitze, wir ein sehr feines Essen gemeinsam haben, dann natürlich noch nach dem Essen eine gute Zigarre zu rauchen. Genuss ist der blanke Genuss. Du bist nicht nur in einer anderen Region, du bist nicht nur mit anderen Menschen zusammen, sondern du erfährst auch andere Genüsse, wie zum Beispiel neue Weine und jetzt gerade hier Baron de Rothschild einen neuen Champagner. GUSTO Der Adel ist oft nicht so zugänglich wie unser Baron de Rothschild und ich bin entzückt von Julien, weil er hat einen großen Humor. Ich habe heute einen echten Baron de Rothschild kennengelernt und er war gar nicht so baronesk, wie man sich das vorstellt. Gott sei Dank. Also er war unglaublich sympathisch, unglaublich lebendig. Ich bin dann zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, muss ich dich jetzt irgendwie mit einem Titel oder euer Hoheit ansprechen? Also ich habe totgelacht und meinte so, Julien, c'est enough. Ich habe aus diesem Kochkurs den Koch mitgenommen, Dominique Giraudot, ein Grand-Père du Cuisine, also ein Vater der Küche. Wir haben eine wahnsinnig gute Vinaigrette gemacht zu Humor, geteilten Humor in einem Melonenbettchen. Der hat uns auch ganz genau gelernt, wo wir unsere Pünktchen setzen müssen und nicht zu viel, immer petit, petit. Ich koche sehr gern. Ich habe als Kind bei meiner Großmutter kochen gelernt, die war in Wien auf einer Kochschule. Gutes Essen ist einfach für die Seele gut und fürs Gemüt gut. Es bedeutet für mich, dass man den anderen zeigt, was tut man für Freunde, welchen Aufwand betreibt man, wie gut lässt man sich's gehen. Ich liebe Kochen, aber ich bin kein Chef. Es ist eine große Unterschiede. Ich respektiere sehr viel die Talent und die große Know-how der Chefs, natürlich ihre Fähigkeit. Ich liebe manchmal einen Chef, der kommt, insbesondere für einen Abend, für meine sehr nahen Freunde. Ich habe erst durch Zufall vor kurzem die Küche bei uns in der Wohnung entdeckt. Thomas muss nicht so gern und unbedingt in die Küche. Ja, also wenn er da was liegen gelassen hat, okay, und mal kurz an den Kühlschrank fallen, kalter Schluck Wasser, tut gut. Ich kann's halt nicht. Ich habe kein Händchen dafür. So ist es eben. Und das ist so, das ist aber kein Problem. Dafür ist er der König am Staubsauger. Ich habe gesagt, ich fahre nach Frankreich zu Rothschild. Ah, ja, was machst du da? Ich trinke Champagner, habe ich gesagt. Ach wie, Champagner? Also es ist neu und es ist aber auch wieder ein spitzen Champagner. Wie soll es auch anders sein? We were looking for a Champagne produced with family values, with a respect for a product, limited quantity, not too much marketing. We started now, 10 years ago. It's a birthday of a happy birthday Champagne Baron Rothschild. In fact, it's a science for the people who work for it, who make it. And it must be then the result, a pleasure for the people who drink it. Champagner trinke ich sehr, sehr gerne. Könnte von mir aus aus dem Wasserhahn kommen, aber dann würde man es wahrscheinlich nicht so wertschätzen. Wir hatten gemeinsam ganz, ganz viel Spaß und das war nicht aufgesetzt, sondern ein bisschen gelöst durch den wunderbaren Rothschild Champagner natürlich auch alle ein bisschen locker drauf. Umso mehr man davon versteht, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr kann man es auch genießen. So selten wie ich das auch tue, aber wenn, dann muss es eine richtige und eine richtig gute sein. Als meine Liebste gesagt hat, die Zigarre riecht wunderbar. Das war für mich ein ganz tolles Erlebnis. Weil es ein spektakulärer Geschmack ist und hat auch was sehr Erotisches, eine Zigarre zu rauchen. Um ein gutes Premium-Produkt im Champagner-Bereich herstellen zu können, als auch eine sehr gute Premium-Zigarre, muss die Basis stimmen. Und sprich, das ist beim Champagner natürlich die Traube und bei der Zigarre ist es das Tabakblatt. Das ist so ein Erlebnis für alle Sinne. Dafür musst du dir Zeit nehmen in unserer hektischen Welt. Das ganze Prozedere, wie es angezündet wird, wie man sie am Glühen hält. Ich mag die Gespräche dabei. Ich würde mich nicht als Raucherbezeichner, aber bei Zigarren und bei Wasserpfeifen kann ich nicht Wein sagen. Sorry. Ich wünsche dir Zeitle